Geil. Minecraft. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Ja, lass uns ein Bau ausbauen. Oh, guck mal, das wird ein schönes Haus. Oh Gott, das sieht schon jetzt schon so gut aus. Wie viel die Blöcke hier in der Mitte noch wegmachen? Ja, das sieht geil aus. Alter, ich hätte es nicht besser hinbekommen. Oh, schön, Alter. Richtig nice. Oh, nice. Oh Gott, da wache ich mir jetzt mal gemütlich hier. Alter, das ist perfekt. Ja, aus Diamanten, genau. Gute Idee. Yay, lass uns Diamanten verarmen. Wir brauchen Dias. Dias für die Welt. Ich habe keine Lampe mehr dabei. Glaub ich habe eine Spinne. Ein Schwert haben wir auch nicht. Egal. Wiss nicht. Oh. Mehr linear, okay. Neu-Spiel, aber ich dachte, wir spielen jetzt Minecraft. Mein Lieblingsspiel. Na gut, neues Spiel. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Portal. Ja, das ist ein gutes Spiel. Das ist ein gutes Spiel. Man kann das sogar nehmen. Ja, nice. Was ist das Spiel? Was ist das Spiel? Was ist das Spiel? Was ist das Spiel? Eigentlich ist das schon, wie wir Portal erscheinen. Aber okay. Ich spiele eben nicht mit den Regeln hier. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Er funktioniert hier der Trick. Mist. Ich glaube, im Originalportal kann man das hier so dazwischenstecken. Und wenn man das dann... Wie dann sogar? Das ist irgendwie nicht breit genug. Warte, vielleicht kriege ich es noch hin. Das will ich noch ausprobieren. Warte. So, soll es funktionieren? Shit. Okay, funktioniert nicht. Gott. Dann gehen wir einfach weiter. Nicht? Okay. Ups. Ich bin da aus der Hilden. Ist das so gewollt hier? Huch, ich bin wieder runtergefallen. Bin ich tot? Äh. Ich habe meine Radio nicht mehr. Sind wir denn hier gelandet plötzlich? Äh. Das sieht ja eklig aus. Gruselig hier. Ähm. Wo geht es hier denn raus? Mist. Eine Sackgasse. Die Töne sind alle zu. Äh. Das sieht auch aus. Das ist wieder Anfangsbar. Oh, guck mal. Hier gibt es Licht. Ein Computer. Interessant. Das Licht ist immer gut. Deswegen gehen wir hier mal lang. Oh, guck mal. Hier ist unser Büro. Nur ein bisschen anders. Äh. Äh. Okay. Was ist das hier? Was das hier ist? Oh. Einfach Black Screen plötzlich. Da bin ich dran. Okay. Okay. Okay, die Arbeit würde hier das Ende sein. Ja, dann warte mal. Ach, Ende, gut. Das war noch ein Ending, interessant. Oh Gott, jetzt liegen hier wieder über Papier rum. Wir haben einfach aufgehört, die Dinger. Sehr komisch. So. Ich will mal was ausprobieren. Wir gehen hier nochmal hoch. Ja, ja. Wir gehen hier links lang. Gehen hier lang. Da unten ist ja nichts, deswegen gehen wir hoch. Gehen hoch. Irgendwann ist hier auf dem Klo um. Geht nicht. Okay, ähm. Spiegel, der kaputte ist. Ein Glas. Nichts Interessantes hier. Was ist denn hier so? Oh. Ein Fahrstuhl. Öffne ich den hin. Ein Fahrstuhl. In dem Brot drin. So. Einmal runter, bitte. Ach, schöne Musik hier. Schatz. Nichts. Ich Es hat wohl nichts gebracht, dann gehen wir mal wieder in Officebüro. Oder? Ja genau das hier wollte ich noch machen. Aus einem bestimmten Grund, dann gehen wir mal rein oder auch noch nicht. Oh gut, wir gehen jetzt rein. Tja, habe ich das Spiel auch ausgetrickst? Die Tür ist hier zufällig wieder auf. Na gut. Die Türen sind hier alle wieder auf. Na gut, die gehen eigentlich immer hinter uns zu. Na gut, dann gehen wir mal zurück. Das geht wohl plötzlich. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Was für ein Zufall. So, hier wieder das blättlige Teil hier. Überall Blätter. Hier sind die Dinger. Und oh, guck mal, die Tür neben unserem Teil ist offen. Gibt es hier was Neues? Ne. Gehen wir mal hier in den schwarzen Bereich des Todes. Vielleicht ist hier etwas Interessantes. Ach, hier ist der Ausgang. Gut. Fahrstuhl ist wohl kaputt. Dann gehen wir mal manuell hoch. Kann man nicht sprinten? Nö. Äh, 755. Ich merke mir mal die Nummer. Falls wir nicht aufsteigen oder so, können wir auch noch umdrehen. Also, wie das aussieht, steigen wir aber hoch. Äh, welcher Nummer müssen wir? Keine Ahnung. Irgendwann müssen wir ja ganz oben ankommen. Jetzt muss wir ja ein Ende haben, oder? Oder? Also irgendwo muss ja auch Schluss sein, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Das hier sieht schon mal anders aus. Also, das sollte jetzt aber auch das Ende sein, oder? Die letzte Leiter. Genau. Sieht gut aus. Escape, genau. Hier geht es zum Ausgang. Da sehe ich irgendwas blinken. Da gehe ich mal hin. Guck mal hier. Der Ausgang. Hurra. Dann gehen wir mal zum Ausgang, ne? Äh. Haben wir es geschafft? Haben wir gewonnen? Was war das denn für ein Ende? Na gut. Gehen wir mal wieder lang. Gehen wir mal links lang wieder. Und dann sehen wir schon. Jetzt war noch keine Person. Eine Sache haben wir nämlich auf diesem linken Weg noch nicht ausprobiert. Hier haben wir ja schon alles. Hier haben wir alles. Oh. Du wirst ja gar nichts mehr eingeben. Fahrstuhl. Unter. Unter geht's. Das geht auch irgendwie schneller jetzt. Fahrstuhl ist nicht mehr so langsam. Sehr komfortabel hier. So. Wir waren hier nämlich noch nicht beim... Ja, beim Escape. Da muss ja der Exit sein, ne? Ja. Nee, nee. Das... Das ist ganz sicher hier. Hier ist schon richtig. Hier ist bestimmt nicht der Tod. Hier ist nicht mein Tod. Da bin ich mir 100% sicher. Okay, springe ich jetzt in die Sicherheit rein. Da bin ich 100% sicher. Also wenn mich da der Tod ereilt, dann ist das schon ziemlich komisch. Wo sind wir denn hier? Ähm. Die will nicht immer so sehen wir aus. Ups. Das ist wohl doch unser Tod. Shit. Ähm. Shit. Mist. Äh. Scheiße, ne? Ich hab' Scheiße gelaufen. Wir sind der Nächste nachdem da. Das ist doch weh. Nein, nein, nein. Oh. Äh. Was? Okay. Ein Erzähler für den Erzähler. Lieber. Lieber. Stanley Parable. Ja, das spielen wir gerade. Hm. Ja, echt mal. Uff, was ist das denn hier? Hm. Ach, das ist der Anfang. Hier ist unser... Was ist hier das da? Und hier ist das Fenster, wo wir rausgesprungen sind. Das ist in der Office. Und hier ist dann... ...zwei Türen. Und da geht's dann weiter. Hier gibt's Office Computer. Da sind so cool... ...so ein paar Sachen aufgezählt. Das interessiert mich jetzt aber eher nicht. Auch der Fahrstuhl und so. Hier ist es Exit. Dann gehen wir hier einfach durch. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. Mmh. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Ich will frei sein. Das rühre ich immer auf. Can you see? Can you see, how much they need one another? Mmh. Nicht, doch. Ja, sehe ich doch nicht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein. Nein. Bitte nicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein, nein, nein. Das wird das Ende sein. Das wird das Ende dieser Folge sein. Nein. Nein. Nein.